Barmherziger Gott, die heilende Kraft dieses Sakramentes, befreie uns von allem verkehrten Streben und führe uns auf den rechten Weg. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Amen. Und alle Heiligen und Seligen unseres Bistums, sieg' euch der Allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Kreis. Amen. 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 Der kommenden Tag, der Sonnabend ist getan. Die Nacht, die verstand, der folgenden Nacht. Die Nacht, die verstand, der folgenden Nacht. Die Kirche, die verstand, die Kirche, die verstand, der folgenden Nacht. Und seine Kirche, die verstand, der folgenden Nacht. In meiner Kirche, der liebte Sohn, Wir leuten Ihnen, heil zu mir, 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 heil zu mir. Die Kirche, 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 die Kirche. Und seine Kirche, die 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 Kirche. Und seine Kirche, die 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 Kirche. Vielen Dank.